Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und falls du das allererste Mal hier dieses Interview in meinem Podcast oder YouTube-Kanal Functional Basics hörst oder siehst, führe dich herzlich willkommen. Hast du schon mal von Adaptogenen oder Heilpilzen gehört? In dieser Episode spreche ich mit Amelie Kuchenbecker über das Thema Was sind Adaptogene und Vitalpilze? Wie kannst du sie für deine Gesundheit nutzen? Wir sprechen darüber, was sind eigentlich Adaptogene, welche Adaptogene kannst du für welchen Verwendungszweck nutzen, wie ist die Wirkungsweise und wo ist der Unterschied zwischen Speisepilzen und Heilpilzen? Wie hoch sollte die Dosierung sein? Welche Nebenwirkungen können auftreten? Und wie kannst du mit Adaptogenen starten? Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität in deinem Leben. In den Interviews schauen wir über den Tellerrand und geben dir Impulse, Erfahrungen, Tools an die Hand aus verschiedenen Fachbereichen, sei es Klinik, Psychoneuronologie, aus Startups oder Biohacking, Ernährung, Verdauung, Schlaf und vieles, vieles mehr. Ja, Amelie hat eine wahnsinnig große Expertise in adaptogenen Kräutern, Vitalpilzen und im Gesundheitsbereich. Sie ist Sängerin und zeitgleich Gründerin von Illumi. Illumi basiert auf adaptogenen Kräutern und Vitalpilzen und essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen. Amelie ist selbst über ein Gesundheitsthema zur TCM und zu der Verwendung von Adaptogenen gekommen und wir berichten unsere Erfahrungen rund um das Thema Heilpilze und Adaptogene. Wenn du mehr von Amelie erfahren möchtest oder über Adaptogene, dann schau gerne in die Videobox und die Shownotes, aber auch auf meiner Homepage www.functional-basics.de slash amelie-kuchenbäcker. Dort findest du weitere Impulse, Tools und entsprechend neue Erkenntnisse rund um das Thema Adaptogene und Vitalpilze. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de findest du meinen kostenfreien Blog, meine Mediathek rund um Podcast, Instagram und YouTube, wie mein Coaching-Angebot und meine Online-Angebote, also E-Books, Webinare, Seminare und Online-Kurse. Dort hast du auch den Zugriff auf den Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo die Essenzen zusammenlaufen für mehr Gesundheit, Lebensqualität, Performance und Persönlichkeitsentwicklung. Dort hast du Zugriff auf alle meine Online-Programme und Produkte, wie auch auf alle Interviews, die ich führe. Dort hast du Zugriff auf über 130 Experteninterviews aus verschiedenen Fachbereichen und innerhalb des Functional Basics Guide hast du die Möglichkeit, noch tiefer in die Basis, wie alterst du glücklich, selbstbestimmt und gesund, diese Basis dir zu kreieren. Innerhalb des Functional Basics Guide gibt es auch Workshops und Mentorships und Möglichkeiten, in Coachings zu gehen, um entsprechend deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Functional Basics Guide findest du auf meiner Homepage wie auch in den Shownotes. Wenn du aus dem Interview etwas Neues mitnehmen konntest und sagst, hey, das sollen noch andere hören, dann teile gern meinen Podcast Functional Basics mit anderen. Gesundheit ist für alle da. Bewerte meinen Podcast bei iTunes und schreib ein 2-3 Zeiler dazu, was waren Aha-Erlebnisse aus dem Podcast. Du hast Fragen an meine Interviewgäste? Dann nutze dazu gern meine kostenfreie Facebook-Gruppe Functional Basics Gesundheit ist für alle da und meinen Instagram-Kanal. Weil dort stelle ich dir meine Interviewgäste immer wieder im Vorfeld vor, sodass du deine Fragen stellen kannst. Und auch in dieser Episode beantworten wir Fragen aus der Community. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Amelie Kuchenbecker. Was sind Adaptogene und Vitalpilze? Und wie kannst du sie für deine Gesundheit nutzen? Bis gleich, dein Carsten. Herzlich Willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund. Und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich Willkommen wieder beim Interview von Functional Basics. Heute dreht es sich um, was sind Adaptogene und Vitalpilze und wie kannst du sie für deine Gesundheit nutzen? Und dazu habe ich mir Amelie Kuchenbecker-Einlagen. Grüß dich, Amelie. Hallo, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Und wir haben uns ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen, habe ich dir ein paar Sachen, ich sage mal, via WhatsApp geschickt, um was es heute gehen wird, weil wir haben auch ein paar Community-Fragen reinbekommen, bevor wir über das Thema Adaptogene und Vitalpilze sprechen. Ich habe dich im Intro schon ein bisschen vorgestellt. Du bist die Gründerin von Illumi, du hast wahnsinnig viel Expertise in adaptogenen Kräutern, Vitalpilzen und verschiedenen Gesundheitsthemen. Und wie bist du denn zu dem Thema Adaptogene gekommen und Vitalpilze? Ja, also das ist eine sehr lange Geschichte. Ich hatte vor circa jetzt vier, fünf, fünf Jahren jetzt schon, hatte ich eine rheumatische Erkrankung. Das heißt, ziemlich plötzlich sind meine Gelenke angeschwollen. Das hat angefangen mit meinem Fuß, erst mit meinem Fußknöchel. Und ich dachte irgendwie, vielleicht habe ich mich verstaucht oder ich bin umgeknickt oder so. Aber dann ist auch der andere Knöchel angeschwollen. Und irgendwann konnte ich tatsächlich nicht mehr laufen. Meine Handgelenke sind angeschwollen, meine Finger waren dick. Und ich hatte wirklich ziemlich krasse Schmerzen. Und bin dann damals ins Krankenhaus gekommen auch irgendwann nachts. Mein Freund hat mich damals ins Krankenhaus gefahren, ins UKE noch in Hamburg. Und dann wurde ich untersucht. Und dann wurde eben nach einer Weile ein Rheuma-Faktor festgestellt. Das ist auch genetisch bedingt. Also bei mir gibt es in der Familie Rheuma beziehungsweise Arthrose. Ist ja auch gar nicht so selten. Aber für mich war das so absolut undenkbar. Ich war damals noch in meinen Anfang-20ern. Und für mich war das echt krass. Und ich habe dann Cortison bekommen. Musste ziemlich lange Cortison nehmen. Also ein ziemlich krasses Mittel. Wenn du das kennst oder hast bestimmt schon davon gehört. Es ist also sehr, ist schon eher ein heftiges Medikament. Was auch sehr viele Nebenwirkungen hat. Und damals ging es mir sehr schlecht. Und meine Mutter hat mich zu sich geholt. Die ist auch Ärztin damals in Süddeutschland. Und hat mich zu einem TCM-Arzt gebracht. Also einen Arzt für traditionelle chinesische Medizin. Und der hat eine lange Anamnese gemacht. Und mich akupunktiert. Und mir am Ende so Vitalpilze und eine Heilkräutermischung praktisch verschrieben. Ich war damals sehr, sehr kritisch. Als Schulmediziner-Tochter sowieso. Da will man damit ja eigentlich nicht so viel zu tun haben. Also alles, was so homöopathisch oder nicht so ganz erklärbar ist. Ist man eher erst mal kritisch eingestellt. Also ich zumindest war so. Und zudem hat diese Mischung, die er mir verschrieben hatte. Ich sollte sie jeden Morgen nehmen. Es war so eine Art Kräutertee. Die hat furchtbar geschmeckt. Und auch ganz, ganz schlimm gerochen. Und ich habe dann trotzdem angefangen damit. Und habe wirklich jeden Tag gemerkt, dass es mir besser ging. Und irgendwann, nach ein paar Wochen, waren meine Gelenke komplett abgeschwollen. Was ich niemals erwartet hätte. Und was für mich der absolute Game-Changer war. Also wirklich, ich war, ja, ich konnte das damals eigentlich überhaupt nicht glauben. Und war dann auch nochmal beim TCM-Arzt, der mir das so ein bisschen erklärt hat, wie sowas funktioniert. Und dann habe ich auch erst verstanden, dass meine ganze Rheuma-Erkrankung auch Stress initiiert war. Also da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber Stress ist ja wirklich heutzutage auch ein Alltagsproblem. Und hat sehr viele Nebenwirkungen. Also diese Stresshormone, die sich im Körper bilden. Dopamin, Adrenalin und diese ganzen Sachen. Die können auch sehr negative Auswirkungen auf den Körper haben. Und genau, dann habe ich eigentlich ein Produkt gesucht, was in Deutschland hergestellt wurde. Also ich wollte gerne diese Kräuter und Vitalpilze weiternehmen. Wollte aber unbedingt ein geprüftes Produkt. Also ein Produkt, was bestenfalls in Deutschland hergestellt wurde. Und ja, was diese Kräuter eben in geprüfter Form enthält. Und was vegan ist, was ohne Soja ist, ohne Gluten, ohne irgendwelche Konservierungsstoffe. Ich wollte halt meinem Körper wirklich Gutes zutun. Und ich habe gesehen, dass in Amerika gab es so einige Produkte, die super spannend waren. Aber in Deutschland gab es wirklich gar nichts. Also nichts, was mir irgendwie gefallen hat oder mich angesprochen hat. Und ich habe das damals meinem Bruder erzählt. Der hat eine Agentur gehabt in Düsseldorf und hat sich eben sehr viel mit Produktentwicklung auch beschäftigt. Und der hat mir doch mal geraten, mich mit Experten zu treffen. Und vielleicht, dass mir jemand helfen kann, ein eigenes Produkt zu entwickeln. Und ich habe damals meine Masterarbeit geschrieben, noch in Hamburg. Und hatte so ein bisschen Zeit und habe mich wirklich mit ganz vielen Leuten getroffen, mit Experten gesprochen, Nahrungsmittel, Wissenschaftlern. Und habe irgendwann ein Team gefunden, was diese Idee ganz toll fand, eben die traditionelle Medizin so ein bisschen aus dem angestaubten Image hervorzuholen. Und ich habe dann eigene Rezepturen entwickelt mit einem TCM-Arzt zusammen und einem Team eben, die sich damit schon lange auskennen. Und dadurch ist Illumi entstanden. Also es war von mir aus eigentlich wirklich nie beabsichtigt, ein Unternehmen zu gründen. Ich wollte tatsächlich die Produkte für mich haben und vor allem auch anderen den Zugang ermöglichen. Weil ich fand, dass diese Powerstoffe, die da drin sind, die waren damals noch überhaupt nicht bekannt. Also vor, ich weiß nicht, jetzt 2017 haben wir gestartet mit Illumi. Da kannte noch keiner Vitalpilz. Also von meinem Bekanntenkreis überhaupt nicht. Alle waren so, öh, was ist das? Und haben es dann aber auch probiert. Und dann haben wir echt ganz schnell ganz, ganz tolles Feedback bekommen. Und es hat dann immer größere Kreise gezogen. Und dann wurde irgendwann die Vogue und die L und so ein paar Zeitschriften auf uns aufmerksam. Und haben die Produkte getestet und als sehr gut befunden. Dadurch, dass wir ein sehr schönes Packaging haben. Ist es eben so auch ein Lifestyle-Produkt und ist eben sehr schnell relativ groß geworden. Bevor wir auf dieses Thema Adapto-Gene, was sich dahinter verbirgt. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also Vitalpilze habe ich als so empfunden, kannten die Leute irgendwie schon oder irgendwas mit Pilze. Aber Adapto-Gene, das war echt das Fach Chinesisch. Schlechthin. Erinnerst du dich noch, was dich damals so gestresst hat? Weil du sprichst es ja an. Stress ist ja auch in der heutigen Gesellschaft aus allen verschiedenen Richtungen ein Thema. Was hat denn damals dich am meisten gestresst? Also tatsächlich, ich hatte super viel gleichzeitig zu tun. Ich habe meine Masterarbeit geschrieben. Ich habe gejobbt nebenbei, um mir meine Uni zu finanzieren. Ich habe Freunde, ich habe Musik gemacht. Ich hatte einen Label-Deal damals schon. Ich war immer wirklich auf 100 Prozent, 150 Prozent und habe mir nie eine Pause gegönnt. Und noch zudem habe ich mich echt schlecht ernährt. Also habe entweder zu wenig gegessen oder dann zu viel gegessen und wirklich scheiße. Also ich habe auch Fleisch gegessen damals noch. Und das war einfach, ich war völlig übersäuert, glaube ich, mein Körper. Und ich habe mir nie eine Pause gegönnt. Und dann war ich noch abends feiern und so. Am Anfang 20 ist man da ja auch noch recht viel unterwegs. Und das war viel zu viel für meinen Körper. Ich habe mir da einfach keine Break gegönnt. Also ich hatte Ähnliches, ja. Ich hatte 2011 so ein Ermüdungssyndrom. Viel Arbeiten, wenig, also viel Training. Ja, und Regeneration hat man hinten herangestellt. Und da kommt dann das Kartenhauskörper irgendwann ins Trudeln und fällt einem auseinander. Und je nachdem, der Körper hat es bei dir vielleicht dann im Rahmen des Rheumas, des Anschwillens der Gelenke gezeigt. Ich hatte hohes Fieber und anfänglich Nierenversagen. Wo der Körper dann gesagt hat, irgendwie, du geh mal auf die Bremse. Sonst fahren wir hier gegen den Baum. Ja, krass. Ja, faszinierend, wie der Körper eigentlich so schlau ist. Ja. Besonders, weil er ja schon im Vorfeld sehr häufig mit einem anfängt zu kommunizieren. Ja, total. Ja, ja, total. Also ich habe das auch, ich habe das, im Nachhinein weiß ich das auch. Und da gab es schon relativ viele Anzeichen. Ich habe es auch total ignoriert einfach. Was sind denn für dich Anzeichen? Woran merkst du, dass du anfängst, gestresst zu werden? Also, dass ich Dinge vergesse, dass ich sehr müde bin auch. Also, dass ich tagsüber eigentlich viel zu müde bin und mir dann aber irgendwie einen Kaffee reinziehe, um halt die Stunden zu überstehen und dann noch einen Kaffee. Also, ich liebe Kaffee auch immer noch, aber trinke jetzt auch ganz oft Entkoffeinierten, weil ich halt merke, dass es eigentlich zwei Kaffees und dann sollte Schluss sein, weil das dem Körper überhaupt nicht gut tut. Und das ist ja auch das Tolle, zum Beispiel an Adaptogenen, dass die ja zwar aufpushend wirken, aber nicht diese Ups und Downs, wie zum Beispiel jetzt Kaffee, also diese Stoffe, die so anzünden, sage ich mal, dass es da das nicht gibt. Und so merkt man das eigentlich. Also, wenn jemand wirklich sich dann mal hinsetzt und mal ganz kurz nichts macht, merkt man ja ganz schnell, oh, ich bin echt fertig oder so. Und man überspielt es dann immer, weil man sich immer mehr reinzieht oder man isst Schokolade oder irgendwas, um halt das Energielevel wieder hochzutreiben. Ja, also das kennt man ja dann vielleicht auch, der eine oder andere genießt vielleicht gerade seinen Kaffee. Es ist 16, 17 Uhr und hört den Podcast oder das Interview, sieht sich das an und sagt, ui, jetzt trinke ich gerade einen Kaffee, was könnte das denn mit mir machen? Lass uns mal auf das Thema Adaptogene zu sprechen kommen. Was sind denn überhaupt Adaptogene? Ja, Adaptogene sind im Allgemeinen, also es sind Pflanzenwirkstoffe, die in Stresssituationen helfen können, Belastungen besser zu verarbeiten. Also es ist ein Begriff, der kommt aus dem Englischen von to adapt, also sich anpassen. Das hat ein Wissenschaftler, der Herr Lazareff, in den 50er Jahren herausgefunden, dass es eben bestimmte Pflanzenwirkstoffe gibt, die diese Eigenschaft besitzen praktisch, dass die, also man kann sich das so vorstellen, Pflanzen, die in bestimmten oder ganz besonderen Umweltsituationen, wie jetzt Kälte oder Hitze aufgewachsen sind und besondere Stärke entwickelt haben, um diesen Faktoren praktisch entgegenzusetzen. Und diese Stoffe, die sie dann innehaben, können auch auf den menschlichen Körper praktisch übertragen werden. Und die harmonisieren praktisch wieder Körperprozesse. Also wirken quasi ausbalancieren. Genau. Jetzt hast du vorhin erwähnt, dass es Adaptogene gibt, die so billig anzündend sind. Also im Vergleich zum Kaffee, das ist so husch, einmal aktiv und dann kennt man das vielleicht mit dem Abfallen. Gibt es da Unterschiede von den Adaptogenen und wo kommen die her? Also wo finde ich die? Ja, es gibt auf jeden Fall ganz krasse Unterschiede. Also das musste ich auch erst lernen und habe mich da auch viel rumprobiert. Also es gibt zum Beispiel den Cordyceps, das ist ein Vitalpilz. Der wird auch schon wirklich seit Jahrtausenden in der TCM praktisch eingesetzt oder in anderen traditionellen Kulturen. Ich glaube, in der Ayurveda wird er auch zum Teil verwendet. Der eben ähnliche aufputschende Eigenschaften besitzt, aber eben auf eine andere Art wirkt. Der wirkt, hat nicht diese Ups und Downs, sondern man ist eher stetig, kriegt ein bisschen mehr Energie. Wir verbinden zum Beispiel auch Guarana, was jetzt kein Adaptogen ist, aber was auch eher aufputschend wirkt zum Beispiel. So ein bisschen wie Grüntee, aber man hat nicht so dieses Gefühl, dass es dann irgendwann absägt, sackt, sondern es ist eher ein angenehmes Steady-Gefühl. Also Cordyceps sagt mir auch, das kenne ich so aus der Richtung, wenn man jetzt früh in die Gänge kommt, kann man es unterstützend nutzen, vielleicht auch in Kombination mit Kakao, wo man sagt, okay, dann mal hochfahren. Gerade so etwas, was vielleicht so Richtung Nebennieren, Müdigkeiten und Kakao geht. Genau. Was wären dann zum Beispiel Adaptogene, die den Stress reduzieren oder ein bisschen runterfahren? Also ein Lieblings-Vitalpilz von mir ist der Reishi. Es ist ein Vitalpilz, der wird auch der Pilz des ewigen Lebens bezeichnet. Der wird ganz, ganz viel eingesetzt, auch schon im TCM, um eben zu beruhigen, um die Systeme zu entlasten, um ausgleichend zu wirken. Der harmonisiert die Systeme. Das funktioniert immer über die HHN, also die, wie heißt es, Hypophyse-Nebennierenachse wirken diese Adaptogene. Das heißt, die gehen ins Hormonsystem auch ein. Die wirken ausbalancierend, regulierend auf die Hormone. Und der Reishi zum Beispiel ist ganz toll. Den kann man abends nehmen, den kann man auch morgens nehmen. Möglichst länger einnehmen. Also es ist sowieso bei Adaptogen so. Das kennst du wahrscheinlich auch. Du kennst dich ja in dem Bereich auch aus. Es bringt nichts, wenn man das einmal einnimmt und dann gleich irgendwas erwartet, sondern es ist wirklich sinnvoll, das mal über zwei bis vier Monate wirklich jeden Tag zu nehmen. Also einen Monat. Viele unserer Kunden zum Beispiel merken auch schon was nach einer Woche und sind dann ganz begeistert und vergessen es dann wieder einzunehmen. Also es ist wirklich sinnvoll, das mal jeden Tag über mindestens einen Monat einzunehmen. Bis zu langfristig kann man es auch nicht einnehmen. Also es geht auch, dass man es ein ganzes Jahr über einnimmt, theoretisch. Und dann hat man auch was davon. Ein anderes Adaptogen ist zum Beispiel Ashwagandha, was aus der Ayurveda ja kommt. Kennst du bestimmt auch. Was auch ein ganz tolles Kräuter ist, ein Kraut ist, was eben gerade, wenn man sehr viel Stress hat, auch am Abend eingenommen, ganz toll wirkt, um einzuschlafen. Es macht nicht wirklich müde, aber es ist einfach angenehm entspannt. Also ich bin auch ein großer Freund von Ashwagandha. Da spüre ich tatsächlich sehr schnell eine Wirkung. Du sagst dann mindestens einen Monat. Das ist ja natürlich für diejenigen, die sagen, sie suchen die Wunderpille. Das muss jetzt mit einmal knallen oder mich sofort runterfahren. Dazu sind Adaptogene ja an sich nicht gedacht. Langfristig. Wie wirkt denn ein Adaptogen auf den Körper? Du hast gerade gesagt, auf dieser Hyperthaluminos-Negien-Achse. Ja. Gibt es da bestimmte Bestandteile in den Vitalpilzen-Adaptogenen, was auf den Körper wirkt? Genau. Da sind bestimmte bioaktive Stoffe drin. Also das sind sowas wie Polysaccharide, also Mehrfachzucker, Flavonoide, Tritapene. Das sind bestimmte Stoffe, die eben regulierend wirken. Also zum Beispiel, was ich ganz interessant fand, ist, dass das Antibiotikum Penicillin damals wohl aus einem Vitalpilz hergestellt wurde. Also die haben wirklich Power. Das wird jetzt natürlich nicht mehr aus Vitalpilzen hergestellt, sondern chemisch. Aber es wird nachgebaut. Also viele, gerade Medikamente werden ja auch Naturheilmittel nachgebaut. Also diese Stoffe, diese Polysaccharide oder so, haben eben ganz tolle Eigenschaften. Und was man auch noch sagen muss, also Vitalpilze stecken wirklich voller Mineralstoffe, Powerstoffe, Eiweiß, Spurenelemente. Sind ganz, ganz tolle Quellen. Also man sollte Pilze sowieso im Allgemeinen nicht viel mehr integrieren, wenn man sich damit mal beschäftigt. Ich meine, die ganze Welt besteht aus Pilzen und die gibt es seit Millionen von Jahren und besitzen einfach so krass mega tolle Eigenschaften. Ich kann es wirklich nur empfehlen, sich auch in das Thema mal reinzulesen. Ja, also ich finde es sehr spannend, dass wir den Pilz, das, was wir als Pilz sehen, ja nur ein Müh ist das, was wir an der Oberfläche sehen. Man geht ja davon aus, dass die Pilze vielleicht auch die Bäume darüber kommunizieren, Nährstoffe austauschen. Das ist ein Riesengeflecht, das in der die Erde wie ein großer Pilz quasi ist, also unterm Boden. Ja, genau. Ja, ist faszinierend. Ist unfassbar. Also die Natur bietet eigentlich alles, was so der Körper braucht. Und wir versuchen es immer alles nicht kaputt zu machen, aber doch dann immer alles chemisch herzustellen und eigentlich unverständlich. Aber wo ist denn jetzt der Unterschied, wenn jetzt jemand sagt, okay, Heilpilze, Vitalpilze, jetzt gehen die in den Wald und sehen vielleicht eine Marone oder einen Pfifferling, vielleicht auch einen Birkenpilz. Wo ist da der Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel einem Corticep oder einem Reichi und einer Marone? Das sind tatsächlich diese bioaktiven Stoffe. Also es gibt ja diese Speisepilze, nennt man die ja auch, die wir pflücken können und dann essen oder als Nahrungsmittel nehmen. Die besitzen auch ganz viele tolle Stoffe wie Eiweiße und Mineralstoffe und so weiter, aber eben nicht diese Polysaccharide oder diese bioaktiven Stoffe. Also das ist der große Unterschied und die werden auch in verschiedenen Kulturen eben als Speise serviert. Also man kann die auch so essen. Es ist da natürlich fraglich, in welcher Menge man die essen sollte. Man sollte jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie drei Kilo Reichi essen, weil irgendwann ist es ja auch zu viel. Es geht auch immer um die Menge. Also es sollte immer ausgeglichen sein. Genau, also da gibt es mir eigentlich schon eine Frage voraus. Gibt es da eine bestimmte Menge, wenn du sagst, was ist ein Eiweiß? Also um jetzt meinen Eiweißhaushalt zu decken, da muss ich schon ordentlich, ordentlich viele Pilze essen. Ja. Wie viel esse ich denn zum Beispiel von so einem Adaptogen, von so einem Vitalpilz? Wenn ich jetzt zum Beispiel eure Packung sehe, nehme ich mir einen großen Esslöffel und direkt den Mund. Viel hilft viel oder wie würdest du das jetzt empfehlen? Ja, also bei uns ist es so, wir haben natürlich auch noch Pulver, aber wir sind tatsächlich ziemlich schnell. Also wir haben angefangen mit Pulvern, weil ich so ein großer Smoothie-Fan bin und ich mache mir gerne morgens meinen Porridge oder Smoothie. Und deswegen wollte ich Pulver haben, um diese Pulver dann einfach zu verarbeiten und daraus so ein Ritual für mich zu machen. Also für mich war das eben gerade nach dem Rheuma super wichtig, verschiedene Rituale oder einen Kreislauf für mich zu finden, mit dem ich in den Tag starten kann praktisch und mir wirklich Ruhe und Zeit gönne für mich selber. Und da waren diese Pulver ganz toll, um sie eben einzumischen und dann zu trinken und wirklich bewusst dabei zu sein. Also es geht ja auch um Achtsamkeit. Und wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass unsere Kunden nicht so viel Zeit haben und nicht so viel Lust haben, sich morgens irgendwas anzumischen und sind dann ziemlich schnell zu veganen Kapseln übergegangen. Da ist die Verzehrempfehlung immer zwei Kapseln pro Produkt. Man kann alle Produkte aber auch kombinieren, die sind alle so aufeinander abgestimmt. Man kann zum Beispiel Energy-Kapseln mit den Beauty-Formeln oder was auch immer, da kann ich gleich nochmal was dazu erzählen, kombinieren. Das heißt, es gibt es da nicht so, das ist zu viel, aber man sollte auf jeden Fall nicht mehr als zwei Kapseln pro Produkt nehmen. Und man soll auch nicht sechs Löffel nehmen, sondern es ist immer ein Messlöffel. Viel hilft da nicht viel, sondern es ist wirklich lieber jeden Tag gleichmäßig eine kleine Portion und das bringt dann auf Dauer auf jeden Fall mehr. Ja, also die Wirkung beruht ja auch darauf, dass quasi die Adaptogene wie eine Art kleiner Stressor für den Körper sind. Und aufgrund dieses kleines Stressors passt sich dein Körper an mit der Homöostase, mit dem Gleichgewicht. Genau. Kleiner Side-Fact vielleicht, ich bin ja so jemand, Löffel und abmessen, viel hilft viel. Also wenn man mich glücklich machen möchte, dann, das Essen kann sonst wie schmecken, es muss einfach viel sein. Ja. Und ich hatte dann auch mal so ein paar Jahre her, Ashwagandabeutel, machen wir einen Smoothie, nehmen den Beutel, schütteln den so rein und Marie kommt so rein. Also meine Freundin sagt, was machst du da? Ja, ich nehme Ashwagandabeutel. Ich weiß schon, dass die Dosis ganz klein sein sollte. Also mir war das bewusst, aber ich war echt zu bequem, mir da jetzt einen 5-Gramm-Löffel zu suchen. Das waren dann vielleicht 25 Gramm auf einmal, weil ich lebe. Aber da auch bitte darauf achten, die Dosis kann auch nach hinten losgehen. Auf jeden Fall, ja. Aber es ist witzig, weil ich habe das schon mal gehört. Gerade Männer sind da, glaube ich, prädestiniert für einfach mal ausprobieren oder mal zusammenschütten. Genau. Machen wir mal ein Experiment. Was soll schon großartig passieren? Ja, ja. Also was man auch sagen muss, zum Beispiel, was auch viele missverstehen. Also wir haben wirklich einen ganz breiten Kundenstamm mittlerweile und auch viele Leute, die wirklich Vorerkrankungen haben und Illuminämen. Weil man muss sagen, es wirkt schon auf den Körper ein. Also man hat deutlich, man kann auch Symptome lindern, aber es ist eben kein Medikament. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Es ist eine Nahrungsergänzung und man darf das nicht missverstehen. Also wir wollen auch keinen Arzt ersetzen und dürfen das auch gar nicht und wollen das, wie gesagt, auch auf keinen Fall. Sondern es kann ergänzend dazu beitragen, eben was fürs Wohlbefinden dazu zu bringen. Und dass man besser schläft, mehr Energie hat. Und es ist eben so eine, also wir sehen uns praktisch als Teil einer Kette. Wir sagen nicht, du nimmst jetzt die Kapsel und davon nimmst du ab und davon hast du nie wieder Schlafprobleme und du bist wunderschön. Sondern wir sagen, es ist eine Möglichkeit, wirklich seinem Körper was Gutes zu tun. Und etwas dazu beizutragen, an dem Gesamtkonzept Gesundheit praktisch. Ja, also so verstehe ich es auch. Und ich denke, das verstehen auch die Zuhörer und die Zuschauer, dass das eine Ergänzung ist zum Körper. Also auch in der TCM, die essen jetzt nicht nur Reichi. Die essen auch andere Sachen. Oder leben auch einen anderen Lebensstil. Die ist nicht so, dass die dann faul auf der Couch liegen und nur Reichi essen. Und dann 100 Jahre alt werden. Also das ist, glaube ich, aber das wissen inzwischen unsere Zuschauer und Zuhörer. Du hast ja jetzt schon ein paar erwähnt. Ashwagandha, Reichi, Cordyceps. Dann hast du schon ein paar Produkte von euch erwähnt. Welche Adaptogene verwendet ihr denn alles? Welche Vielfalt gibt es denn da? Um, dass einfach mal ein paar Impulse kommen für die Zuschauer und Zuhörer. Was gibt es denn da alles so? Also es gibt ganz, ganz tolle. Ich bin ein Riesenfan von Agaricus Blasei Moril. Das ist ein Vitalpilz, der auch schon ganz lange verwendet wird in der TCM. Das ist ein Vitalpilz, der Immuneigenschaften oder immunregulatorische Eigenschaften besitzt. Das heißt, er wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus. Er wirkt stressreduzierend. Er ist einfach nicht aufputschend, so wie beim Cordyceps, aber hat eben ganz tolle Eigenschaften, um den Körper dabei zu unterstützen, wirklich im Immunsystem stark zu bleiben. Gerade so im Herbst und Winter ist das ganz toll. Der ist zum Beispiel in der Purify-Formel drin. Das ist auch ganz toll tatsächlich. Also wir kriegen da ganz tolles Feedback. Man muss dann mal aufpassen mit Health Claims und sowas. Also ich darf sowieso eigentlich gar nichts sagen über die Produkte. Ich erzähle jetzt so meine Geschichte und was mir geholfen hat. Ich kann das wirklich auch nur so aus meiner Perspektive erzählen, weil wir regulatorisch bedingt eigentlich gar nicht so viel sagen dürfen tatsächlich, was auch gut ist, weil jeder Mensch reagiert anders und hat andere Erfahrungen. Aber den kann ich wirklich empfehlen, gerade im Herbst, Winter. Purify auch, gerade wenn man so Arthrose oder gerade so Gelenkbeschwerden hat. Da kriegen wir ganz, ganz tolles Feedback, auch von älteren Leuten, die wirklich ihre Arthrose damit in den Griff bekommen oder denen es einfach besser geht. Dann gibt es zum Beispiel noch den... Agarizus ist der Mandelpilz, oder? Agarizus bluselmurel, genau. Ist das der Mandelpilz? Nee, das ist nicht der Mandelpilz. Das ist ein anderer. Das ist so ein... Ja, kann ich dir nochmal schicken. Genau. Ich weiß gar nicht den anderen Namen von Agarizus tatsächlich. Aber finde ich raus. Genau. Dann gibt es noch den Heritium. Heritium ist auch relativ bekannt. Kennst du bestimmt auch schon, oder? Hast du schon von gehört? Das ist, warte, irgendwas mit Igel. Genau. Igelstachelbart. Genau. Oder Lions Mane wird er auch genannt. Löwenmähne. Der ist ganz toll bei Magen-Darm-Beschwerden. Der ist zum Beispiel in unseren Belly-Beauty-Kapseln drin. Das ist zum Beispiel eine Formel, also was bei Illumi ist. Wir versuchen immer, die traditionelle mit der moderne zu verbinden. Das heißt, wir haben traditionelle Kräuter und Vitalpilze drin, sowas wie Heritium. Und dann aber Probiotika, Präbiotika im Falle von Belly-Beauty zum Beispiel, um wirklich so die moderne Wissenschaft mit dazu zu bringen. Das ist ganz toll, um den Darm und die Verdauung zu unterstützen und die guten Darmbakterien anzusiedeln. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Was haben wir noch? Also wir haben noch zum Beispiel die Sleep-Kapseln. Da sind auch eher traditionelle Kräuter auch drin, so wie Lavendel oder Baldrian, was beruhigend wird. Aber auch eben Melatonin, also das Schlafhormon. Die sind ganz toll. Auch in der Menopause, wenn man Probleme hat, ein- und durchzuschlafen, kann ich nur empfehlen. Dann haben wir ganz neu dabei die Beautiful Age-Kapseln. Das ist ein Produkt rein für Frauen. Da ist zum Beispiel Maka dabei, was ja eher auch aphrodisierend wirken kann, aber auch ausgleichend, stressreduzierend. Da sind so Stoffe drin, wie zum Beispiel Jamswurzel, was eben bei Zyklusbeschwerden auch ganz toll regulierend wirken kann. Aber auch sowas wie OPC, sagt ihr vielleicht auch was? Oder Q10, was eben oral eingenommen eben auch ganz toll ist, um die Haut von innen heraus zu unterstützen. Und was gibt es noch? Bei Beautyhyaluron, das ist auch eine meiner Lieblingsformeln, da ist vegane Hyaluronsäure zum Beispiel dabei. Was man oft nicht weiß, dass eine reguläre Hyaluronsäure, wenn eben nicht vegan dabei steht, ist es immer aus Harnenkämmen hergestellt. Das heißt aus einem tierischen Produkt. Und bei uns ist es eben aus Fermentationsprozessen von Hefe entstanden. Und es hat eine ganz tolle Bio-Verfügbarkeit. Dann sind da noch Stoffe wie Camus-Camus dabei. Das ist eine Beere, die zu den Vitamin-C-haltigsten Pflanzen der Erde gehört. Und Vitamin-C ist ja auch ganz toll eben für die Kollagenproduktion der Haut. Da ist aber auch Cordyceps mit dabei, also auch ein Vitalpilz, der eben sich positiv auswirkt. Bei uns ist es immer so ein Zusammenspiel. Eine Synergie, ne? Eine Synergie, genau. Eine Synergie von verschiedenen Inhaltsstoffen. Wie sieht es bei Shitaka aus? Ich kann mir nicht dabei, genau. Das ist zum Beispiel ein Vitalpilz, der ja auch als Speisepilz verwendet wird, der aber auch bioaktive Stoffe mit drin hat. Also sowas glaube ich. Also wir verwenden den gar nicht, aber ich habe schon oft gehört, dass der auch in der Medizin eingesetzt wird. Ja, also ich kenne es, mein Komplementärmediziner hat mir das mal. empfohlen. Shitaka als Speisepilz, das quasi an sein Essen ranzumachen, um zu unterstützen. Ich weiß bloß gar nicht mehr, ich glaube das war, also Shitaka wirkt antibakteriell. Genau. Insofern man das jetzt unterschreiben kann, aber kann antibakteriell mitwirken. Ja, ich weiß auch noch, der wird als König der Heilpilz bezeichnet. Ähnlich wie der Reishi-Pilz des ewigen Lebens bezeichnet wird, ist dann Shitaka. Also die haben eben besondere Bezeichnungen eben, um so besondere Eigenschaften hervorzuheben. Von daher ist es ein guter Tipp, den werde ich auch mal verwenden, definitiv. Maitake? Sagt ihr das? Auf jeden Fall, ja. Also ich kenne die alle tatsächlich. Maitake haben wir auch nicht mit dabei. Aber es ist auch ein ganz toller Pilz. Ich glaube, der wirkt auch sehr stressreduzierend, wie ja eigentlich alle Adaptogene. Also das ist ja das Tolle, dass alle Adaptogene wirklich stressregulierend wirken. und wenn man es länger einnimmt, eben sich positiv aus dem Hormonsystem auch ausrichtet beziehungsweise einwirkt, muss man ja wirklich sagen. Ich weiß nicht, was nimmst du gerade? Aktuell nur Ashwagandha. Natürlich geringere Dosen als vorhin. Und ab und zu Corticeps früh. Also ich bin halt gar kein Kaffeetrinker. Ich habe zur Bundeswehrzeit das letzte Mal Kaffee getrunken. Das ist schon einige Jahre her. Über 13 Jahre. Da habe ich das letzte Mal Kaffee getrunken. Ansonsten nutze ich dann halt auch zum Beispiel Mate oder Matcha. Ja. Urana. Was hast du vorhin noch gesagt? Urana haben wir auch mit dabei. Genau, das haben wir auch mit dabei. Also tatsächlich zum Beispiel, ich bin ja auch noch Sängerin und mache ja auch noch Musik und muss das alles so versuchen zu deichseln. Wir sind noch ein relativ kleines Familienunternehmen und wollen es auch recht klein halten, um einfach schlank zu bleiben und eigene Entscheidungen treffen zu können und so zu arbeiten, wie wir es wollen. Und es ist echt eine Herausforderung. Und gerade morgens nehme ich dann immer gerne die Energy-Kapseln. Da ist eben auch Corticeps dabei oder auch Guarana, was mir so einen Push gibt und was aber nicht meine Energie abfallen lässt, sondern ich habe dann echt länger, wirklich länger was davon und Energie und Kraft und kann dann ins Studio gehen und singe dann oder schreibe mit anderen Künstlern und abends mache ich dann meistens noch Illumi oder am Nachmittag eben, wenn ich dann Zeit habe. Und das kann ich wirklich empfehlen, das mal zu probieren. Also Corticeps und Guarana sind ganz toll. Gibt es denn da Nebenwirkungen? Weil das wäre zum Beispiel eine Frage aus Instagram. Ihr habt immer im Vorfeld die Möglichkeit, bei Instagram und bei meiner Facebook-Gruppe Fragen zu stellen. Eine Frage ist zum Beispiel, können Nebenwirkungen von Adaptogen auftreten? Eigentlich können keine Nebenwirkungen auftreten. Das ist ja das Schöne daran, aber es ist natürlich jeder Mensch individuell und wenn man zu viel von was nimmt, können immer Nebenwirkungen auftreten. Wir haben auch zum Beispiel bei uns bei Illumi, wir haben eine ganz, ganz krass niedrige Retoure-Quote. Das heißt, eigentlich werden unsere Produkte eigentlich alle vertragen. Das ist ganz, ganz toll. Manchmal, also wir hatten schon mal den Fall Kai, das ist eine ganz tolle Nummer. Der war sehr übergewichtig und mit unserem einen Produkt hat er 20 Kilo abgenommen. Das heißt, auch wenn man verschiedene Produkte kombiniert, kann sie zum Beispiel Purify oder auch die Clean-Kapseln sind stoffwechselanregend. Wenn man davon zu viel nimmt, kann es durchaus sein, dass man sehr viel schwitzt oder eben, ja, dass man abnimmt oder so. Aber eigentlich ist es so, dass die keine Nebenwirkungen haben. Also vielleicht auch nochmal, nicht, dass die Ersten jetzt denken, oh, ich nehme Vitalpilz und nehme 20 Kilo ab. Da gehört doch ein bisschen mehr dazu. Nein, 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 genau. Das wollte ich auch überhaupt nicht sagen, sondern der hat wirklich sein komplettes Leben dadurch umgestellt. Das ist nämlich das Schöne. Der hat Purify genommen, aber in Pulverform. Und es ist vom Geschmack sehr herb. Und er hat dadurch seine bitteren Geschmacksnoten wieder entdeckt und hat angefangen, mehr Salat zu integrieren und auch Bitterstoffe wirklich zu mögen. und ist natürlich mehr rausgegangen, hat sich mehr bewegt. Aber es war ein Faktor dadurch, was ihm leichter gefallen ist. Ich wollte es bloß mal erwähnen. Ja, es ist ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Übrigens, Bitterstoffe ist enorm wichtig. Also wenn man überlegt, wir hatten ja, wenn man überlegt, wie weit wir unsere Nahrung bisher zubereiten, noch nie die Möglichkeit, das alles so steril und so nicht bitter oder kraftvoll zu würzen. Die Sache ist, wenn ihr weniger davon was essen wollt, haut da ordentlich Bittergewürze rein. Dann esst ihr automatisch sehr wahrscheinlich weniger davon. Also einfach mal Bittergewürze in den Kuchen rein. Ja, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Purify das Pulver von uns so liebe, weil es ist sehr herb oder relativ herb. Deswegen gab es auch am Anfang von unseren Kunden ein bisschen Protest. Aber ich finde es zum Beispiel, es schmeckt ähnlich wie Matcha. Matcha ist ja auch am Anfang ein bisschen herber. Man gewöhnt sich aber echt schnell dran und der Körper liebt Bitter. Wir haben das verlernt zu essen und zu mögen, aber es ist wirklich, es hat ganz tolle Eigenschaften auch auf unsere Leber. Die Leber mag bitter. Sowas wie Artischoko oder so ist ja auch toll für die Leber. Und gerade die Leber ist so ein Organ, was man echt mal ein bisschen pflegen darf und ruhig mal Bitterstoffe zu sich nehmen. Ja, also da, jetzt hast du ja schon ein paar Produkte von euch erwähnt. Auch so ein paar Synergieeffekte. Wie kann ich denn jetzt mit Adaptogenen starten? Ihr habt es in Pulverform, ihr habt es in Kapselform. Wie kann ich denn jetzt damit anfangen? Genau, also entweder man hat irgendwie eine Problematik, sowas wie Schlafstörungen oder man will was für die Haut tun oder man braucht mehr Energie tagsüber. Am besten schaut man mal auf sich oder hört in sich rein, was man so verbessern möchte. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann, unser Basisprodukt empfehlen wir immer, sind die Clean-Kapseln. Da ist zum Beispiel Scholin mit dabei. Das ist ein Mikronährstoff, den es auch in ganz vielen Nahrungsmitteln gibt und der eben eine Leber oder eine positive Wirkung auf die Leber hat. Es wirkt nicht leberreinigend, aber es ist unterstützend für die Leber. Und gerade für den Fettstoffwechsel ist es ganz toll. Und so als erstes Produkt, um mit Illumi zu starten, ist es immer sinnvoll, so die Leber oder die Systeme zu resetten, um dann anzusetzen. Also man könnte zum Beispiel mit den Clean-Kapseln anfangen und dann eine Beauty-Formel dazu nehmen, Beauty Hyaluron oder Beautiful Age oder was auch immer man eben haben möchte, wenn man schöne Haut haben möchte, Beauty Hyaluron. Und dann in Kombination mit seien es die Energy-Kapseln oder die Belly-Beauty-Kapseln. Also da kann man einfach schauen, wie man selber drauf ist. Aber so als Basisprodukt ist Clean immer super oder einfach eine Beauty-Formel. Also die Beautiful Age-Kapseln zum Beispiel, die wirken super stressreduzierend und wirken so ausgleichend für wirklich jeden. Also ich würde es halt Männern nicht empfehlen, weil da Jams-Wurzel mit dabei ist, was jetzt nicht hormonwirksam ist, aber doch eher für Frauen gedacht ist. Ja, genau. Wobei, weil so Jams-Wurzel, ich will nicht sagen, weil du sagst ja auch, dass es wirkt nicht hormoneinflößend, aber es kann so ein bisschen die Libido runterfahren beim Mann. Also wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt, so zu verhüten, dann haut euch Jams-Wurzel hinter. Geil. Ja, hast du das ja mal schon ausprobiert? Also ich habe auch Jams-Wurzel schon. Also ich teste ja an sich alles, was ich auch mit Klienten oder Seminaren nutze. Und ich habe das, ich würde es jetzt nicht auf Jams-Wurzel so direkt beziehen, aber ich habe zumindest alles, was so Kraft-Output-Training, Lust, da habe ich es schon gemerkt, dass das einen Einfluss hatte. Kann natürlich auch Placebo gewesen sein. Ja. Aber zumindest kann ich davon berichten, dass Jams-Wurzel diesen Effekt bei mir hatte. Aber Libido, Mann, das ist ein Thema auch für dich. Stress ist ein Riesenthema. Aber auf jeden Fall. Stress ist ein großer, Ja, auf jeden Fall. Aber bei Frauen ja auch. Also es ist ja oft Stress, Kopfsache und so weiter. Ich kann nur sagen, also bei der Frau wirkt Jams-Wurzel nicht unbedingt auf die Libido. Also so in unserer Dosierung, was jetzt bei uns drin ist, ist es nicht libidosenkend. Das muss ich auf jeden Fall betonen. Ja. Da gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel die Pille. Genau. Vielleicht auch die Verhütung aufgrund dessen, weil man dann keine Lust mehr hat. Ja, ja, das stimmt. Eine Frage war noch zum Beispiel, kannst du das empfehlen für das bessere Einschlafen? Da hast du ja zum Beispiel Ashwagandha erwähnt. Was ist denn in eurem Schlafprodukt noch drin, das da vielleicht einen Blick bekommt? Lavendel hast du noch erwähnt? Genau. Lavendel ist drin, Baldrian ist drin, Zink ist drin, also auch Vitamine, Mineralstoffe sind dabei, die eben ausgleichend wirken oder die oxidativen Stress entgegenwirken. Melatonin ist drin, das natürliche Schlafhormon, was eben in der Dosierung, es ist beruhigend. Es ist jetzt nicht so, dass man sofort, obwohl es gibt auch Kunden, die wirklich relativ schnell nach zehn Minuten einschlafen, also es wirkt einfach wirklich ausgleichend und man hat deutlich das Gefühl, man schläft tiefer nachts. Also ich kann es nur selber sagen, ich habe im Moment dadurch, dass ich auch mit Musik wieder viel unterwegs bin, ich habe gerade ein Single rausgebracht und habe wirklich super viel im Kopf und zu tun und eigentlich nie frei und laufe immer von A nach B und da helfen mir die Sleepkapseln deutlich, einzuschlafen und auch durchzuschlafen. Muss jeder ausprobieren. Das ist auch super, weil die eben keine Suchtwirkung haben. Also ich nehme die jetzt nicht jeden A, die wirken also situativ. Das ist noch ein wichtiger Punkt, genau, nämlich Energy, Energy und Sleep. Beide Formeln von uns wirken situativ nach 30 bis 60 Minuten, während die anderen wirklich über einen längeren Zeitraum eingenommen werden sollten und haben aber keine Suchtwirkung. Genau, also kein Gewöhnungseffekt. Kein Gewöhnungseffekt. Okay. Du hast jetzt gesagt, Illumi, wie komme ich denn dazu? Also gibt es da von euch eine Homepage? Kann ich das irgendwo im Drogerieladen kaufen? Wie komme ich denn an eure Produkte ran? Also, es gibt natürlich die Homepage, illumi.de. Da findest du alles, da sind alle Produkte und super gerne. Man kann da auch einfach an support.illumi immer eine Mail schreiben, wenn man eine Beratung möchte oder bei uns auf dem Instagram-Kanal. Das heißt Illumi-Sparkle. Nee, Illumi-Sparkle. Also Slash Illumi-Sparkle. Illumi geschrieben Y-L-U-M-I. Das kommt von, bei vielen auch Fragen, von Illuminate, erstrahlen, also dem englischen Wort erstrahlen oder ja doch in Glanz erstrahlen und das Y von Ying und Yang. Also Balance, erstrahle in Balance ist so unser Motto. Und ansonsten sind wir auch noch in verschiedenen Läden. Ich glaube, es waren auf jeden Fall mal über 200. Jetzt durch Corona bedingt ist es auf jeden Fall ein bisschen weniger geworden, aber wir sind teilweise auch in Flaconi drin, in Douglas und in kleinen Naturkostläden. Wie schaut es da mit der Qualität aus? Also wenn ich jetzt im Internet nach Adaptogenen schaue, dann finde ich ja da von Huns und Kuns in jedem Preissparten etwas. Wie schaut es denn mit der Qualität aus, wenn es um Adaptogene geht? Gibt es da einen Unterschied oder ist ein Raupenpilz, das finde ich ja bei Corticeps echt gemein, dass dann Pilz auf der Raupe bis die Raupe aufgebraucht ist und die müssen ja eingesammelt werden? Genau, das habe ich vorhin vergessen zu erzählen. Ja, man muss sich da mal Bilder anschauen. Man kann es auch googeln, es sieht echt sehr witzig aus. Ja, es gibt ganz krasse Unterschiede und das war ja auch der Punkt, warum wir Illumi gegründet haben. Also, ich wollte eben alles in Deutschland hergestellt haben. Bei uns sind alle Stoffe, die wir verwenden, entweder kommen sie aus Deutschland oder wir arbeiten mit so zwei, drei Produzenten aus dem Ausland zusammen, die aber zertifiziert sind und die mit jeder Charge praktisch Analysezertifikate zuliefern. Wir haben da auch, also wir arbeiten nur mit einem Produzenten und mittlerweile kennen wir die alle sehr gut und da ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass eben keine Schadstoffe mit drin sind. Oftmals sind die sehr belastet, gerade aus Asien mit Schwermetallen und so weiter und das ist so unsere größte Aufgabe und mein größtes Anliegen, dass da wirklich alles 100% safe ist und dass da keine Schwermetalle drin sind. Wir benutzen die Produkte ja täglich selber und deswegen war das mein größtes Anliegen, da wirklich astreine Produkte anzubieten. Die Zertifikate, die du gerade erwähnt hast, die finde ich dann auch auf eurer Homepage oder kann ich die einsehen oder auf Anfrage? Nee, also die haben wir schon mal auf Anfrage rausgegeben. Wir sind da echt vorsichtig, weil mit Datenschutz und, also unsere Partner, das ist ein bisschen noch nicht so ganz, wir müssen da noch eine Möglichkeit finden, dass wir das einfach öffentlich stellen können. Da arbeiten wir auch tatsächlich gerade dran. Also wir arbeiten auch daran, eine Bio-Zertifizierung zu bekommen. Wir haben das am Anfang noch nicht durchgesetzt, weil es sehr teuer war und noch recht schwierig damals, als wir gestartet sind, durchzusetzen, aber wir verwenden jetzt alle neuen Produkte, die wir zum Beispiel dieses Jahr rausgebracht haben und auch letztes Jahr haben Biostoffe drin und auch Vitamine natürlichen Ursprungs. Also wir arbeiten wirklich daran, das immer mehr in diese Richtung zu drehen und dann eben auch öffentlich die Zertifikate zu, preiszugeben praktisch. Aber ich glaube, die Bio-Zertifizierung ist echt, habe ich ja schon von einigen Herstellern erfahren, oder auch von Erzeugern, weil ich ja hier viel mit Ökos, in Anführungszeichen, Ökos zusammenhänge in Leipzig, so Direkterzeuger, ist echt nochmal eine Hürde und das ist so oftmals eher der finanzielle Aspekt als das, was dahinter ist. Ja, total. Also da wird auch echt viel Schand, würde ich jetzt mal sagen, betrieben, so auch gerade, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich mal, wer alles dann sich Bio-Zertifizieren lässt und so und man braucht einfach gerade als Start-up, wenn man, wir sind total alleine finanziert, also wir wollen halt auch oder haben jetzt noch keine Investoren mit dabei und das ist schon finanziell einfach schon auch noch krass und dann, ja, wie du schon sagst, ist sehr aufwendig einfach und da, wir hatten einfach nicht die Zeit bisher, um uns da wirklich jetzt, um es komplett umzusetzen. Wann habt ihr gegründet? 2017. Genau. Gab es da, ich würde mal ganz kurz, also Adaptogene haben wir ganz gut besprochen, ihr habt auch einige Impulse bekommen, wo was drin steckt und ganz kurz zu der Gründung, gab es da Punkte, Momente in deinem Leben, wo du sagst, jetzt schmeiße ich es hin und wie bist du mit denen umgegangen? Also, tatsächlich ist es so, dass diese, diese ganze Gründungsphase relativ schnell ging bei uns, weil mein Bruder da sehr unterstützend geholfen hat und der super fit in solchen Sachen ist, ohne meinen Bruder ging sowieso gar nichts, der macht so den ganzen finanziellen Aspekt und ist wirklich ganz toll, um, ja, so die ganzen rechtlichen Dinge abzusichern und hat da wirklich super geholfen, weil er auch schon andere Startups begleitet hat damals und das ging relativ schnell, aber es gab auf jeden Fall Zeiten, die sehr turbulent waren und wo wir so viel gearbeitet haben, um den Webshop zu erstellen und um wirklich die Produkte, also, weil die Qualität uns so wichtig war und es wirklich eine Herzensangelegenheit von uns ist, ist, dass alles in Top-Qualität ist und die Kunden zufrieden sind und dann die Verpackung, also ich hatte auch mal eine Gründerstory von MyMuesli gelesen, zum Beispiel, wie die im Wohnzimmer saßen und dann noch ihre, und die Mueslis verpackt haben und dann von zu Hause aus losgeschickt und genauso war es tatsächlich bei uns auch so, also dadurch, dass wir, wir hatten da nicht alle Produkte zu Hause, also die natürlich in der Manufaktur hergestellt und unter besten Bedingungen und alles erst rein qualitativ, aber so, dass wir von zu Hause Pakete verschickt haben und das immer mehr wurde und wir dann nicht wussten, wie wir das machen sollen mit Büro und so weiter, das gab es auf jeden Fall schon, aber es war relativ smooth bei uns, das, da muss ich schon echt, es war schon ein guter Start. Würdest du dich noch als Start-up bezeichnen? Nicht mehr, nee, also wir sind, wir sind schon noch, ja, ein junges Familienunternehmen, aber mittlerweile wahrscheinlich kein Start-up mehr, ja. Wenn du sagst Familienunternehmen, also du erzählst von deinem Bruder und dir, wer von der Familie hängt da noch alles drin? Also es ist noch ein Freund von mir aus Heidelberg, also wir kommen alle aus Heidelberg, ist noch mit dabei und alle sonst, die dabei arbeiten, wir haben noch jemanden, der Vertrieb macht in Hamburg, auch schon eine lange Freundin ist, Presse macht auch eine Freundin von mir aus der Uni, damals aus Hamburg. Wir arbeiten wirklich viel mit Leuten, die, also für mich sind Freunde dann auch sowas wie Family, muss ich sagen und ja, in dem Sinn, es ist Familienunternehmen Ja. Also ihr seht aber auch, wenn ihr vielleicht ein Start-up gründen müsst, ihr müsst nicht alle in einer Stube sitzen, sondern aufgrund der digitalen Welt, in der wir leben, erlebe ich das auch immer wieder häufig, um dann mal alle an einen Ort zu bekommen, kannst du bloß einen Rechner anschmeißen. Ja, auf jeden Fall. Einer ist in Hamburg, in Dresden, was auch immer und denkst, Ja, voll. Das total. Also wir haben immer, gerade jetzt in Corona-Zeiten, haben wir dann immer natürlich auch Zoom oder Skype-Meetings vor allem und das geht eigentlich ganz gut. Also ich finde, ich bin ein großer Fan von persönlichem Austausch. Also ich mache auch viele Schulungen oder so, gerade wenn ich dann so in Parfümerien, also viele Parfümerien sind so auf kleinen Dörfern verteilt, die bin ich dann letztes Jahr noch alle abgefahren. Das ist natürlich auch anstrengend, aber man lernt so, ich liebe den Kundenkontakt oder auch den echten Kontakt mit Menschen und das muss ich sagen, fehlt mir gerade so ein bisschen und bin dann froh, wenn es irgendwann mal wieder richtig stattfinden kann. Ja. Okay. Also ich glaube, Entschuldigung. Nee, wie ist das denn bei dir eigentlich? Arbeitest du von zu Hause viel oder hast du ein Büro oder wie ist das bei dir? Ich bin komplett digital. Also klar, ich habe auch meine Offline-Klienten oder meine Trainings, die Ausbildungen, die ich im Sportbereich, im therapeutischen Kontext gebe, die sind natürlich auch offline, aber alles andere ist bei mir digital. Also ich habe auch die Mentorships sind digital, die Calls bezüglich Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Co., die sind alle online. Mhm. Okay. Cool. Das hat sich über die Jahre so entwickelt. Ja, ist ja auch, ist ja praktisch, auf jeden Fall. Super. Ja. Ich verlinke natürlich alles von euch in den Shownotes und in der Videobox. Also bezüglich, wie kommt man an eure Produkte, wie kann man sich noch weiter informieren zum Thema Adaptogen. Genau. Genau. Und auch gerne, also das betonen wir immer, wir haben wirklich auch noch ein paar Werkstudenten, die ganz toll und intim sind und wir beantworten jede Frage und auch, wenn ihr Zuhörer irgendwie was anderes wissen wollt oder auch zu einer Startup-Gründung oder so, ihr könnt euch gerne an mich wenden. ich teile mein Wissen gerne und finde es auch ganz toll, wenn man sich gegenseitig supportet und bin da großer Fan von. Cool. Also findet ihr alles in den Shownotes, Videobox. Bei Instagram seid ihr, glaube ich, auch, ne? Ja, sind wir auch, genau. Wie heißt ihr ja, da habe ich auch deine liebe Illumi Sparkle. Genau. Da hast du, ich glaube, die unterbrochen. Da habe ich auch die liebe Marie ja gerne gelernt über Instagram. Genau. Deine tolle Freundin, die auch so ganz tolle Sachen macht mit Adapter gehen. Ja. Über sie bin ich ja auch dann auf euch aufmerksam geworden. Genau, stimmt. Weil, ähm, die testen natürlich alle möglichen Produkte, ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als die, weil ich ja so aus dieser Biohacking-Szene komme, selbst testen, gucken und machen und ich freue mich dann immer, wenn irgendwo neue kleine Gläschen auftauchen. Ich sage, wenn es da nicht, wenn es da nicht kommt, ich taut da manchmal rein, sag mal, hier, hast du was von dem Sachen genommen? Ich sage, nö. Ich versuche das immer so unauffällig wie möglich, einen ganz kleinen Löffel zu nehmen. Ja, ich schicke dir mal was zu, dann kannst du nochmal durchprobieren. Und, ähm, schaut gerne in die Shownotes und dann findet ihr da auch noch mehr. Genau. Achso, eine Frage habe ich noch. Ja. Du hast gesagt, du hast ein Single rausgebracht, du machst Musik. Wie heißt du denn im Musikwesen, sagt man Musikwesen? Nee, glaube ich nicht. Ja, Musikbusiness, Musik, ja. Wie ist denn dein Name, dass vielleicht die Zuschauer und Zuhörer auch nochmal deine Musik reinhören können? Sehr gerne. Also, ich heiße Amelie, A-M-E-L-Y und meine neue Single ist, heißt Crown, C-R-O-W-E-N, also wie die Krone und findet man überall bei Spotify, Apple Music, Amazon, überall. Es gibt auch ein ganz, ganz schönes Video, das wir in Portugal gedreht haben. Das findet man auf YouTube. Einfach mal googeln, da findet man schon relativ viel. Packe ich euch auch in die Shownotes. Können wir dann direkt reinhören. Amelie, ich danke dir vielmals. Vielen Dank, hat sehr großen Spaß gemacht. Mir auch. Und wir bleiben in Kontakt und dann die Zuschauer, Zuhörer, noch checken die Shownotes ab, abonnieren, kommentieren, liken, Instagram abschecken, Fragen stellen und dann sehen wir uns bald wieder. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach ein Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit at functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info at functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten Willen Untertitelung bei worksher im Auftrag des WDR bes Natur Untertitelung des ZDF, 2020